Mein Name ist Ulrich Fetsch, geboren bin ich am 3.3., 1972, mein Unfall ist 25 Jahre jetzt her, war ein Badeunfall und ab fünften Halswirbel ist halt inkomplett. Ja, ich lasse mir die Zeitung ein wenig aufblättern und wenn ich dann nochmal durchgelesen habe, dann sage ich, okay, blättern wir schnell mal um oder so. Ja, da hat man immer Probleme, die einzelnen Blätter umzublättern, weil man kein Hilfsmittel dazu gehabt hat. Da muss man immer die Hand oder den Finger feucht machen und dann ist er wieder zurückgepollert, weil es nicht hingekommen hat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt mit den Hilfsmitteln funktioniert das hervorragend. Und jetzt müsst ihr auch mal mit vorbekommen, oder? Das war das Ding, wo zusammengearbeitet wurde. Genau.